Der Opel Manta A. Gewöhnlich machen wir ja 360 Grad Videos eher über neue Autos und nein, wir sind nicht einfach zu spät dran mit dem. Mal ein altes Auto, damit man sieht, wie sich die Technik verändert hat seitdem. Und ich muss sagen, so ein paar Sachen sind schon anders. Habt ihr das gerade gehört? Dieses Geräusch alleine ist ein Geräusch aus den 70ern. In puncto Sicherheit, in puncto Ergonomie hat sich einiges getan. Aber ich, der das Auto vorher noch nie gefahren ist, habe wesentlich Schlimmeres erwartet. Das ist gar kein schlechtes Auto. Hat 1975 knapp unter 9000 DM gekostet, hat einen 1,9 Liter Motor und 90 PS. Und das ist, das ist fantastisch. Das Getriebe, ich demonstriere das mal, ist noch super präzise. Das ist natürlich ein Opel Auto, also peak fein restauriert. Aber trotzdem, die Gänge lassen sich super schön wechseln. Erster, zweiter, dritter. Ist gar nicht so undefiniert, wie ich das erwartet habe. Und die Wege sind halt ein bisschen länger. Ja, der zweite kommt fast bis an die Handbremse. Ja, da sind so ein paar Sachen, die sind eindeutig anders inzwischen. Der Innenraum, sehr schön, mit diesem Stoff hier, Sitze total bequem, haben keinen allzu großen Seitenhalt. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit beispielsweise einem BMW aus der gleichen Zeit, die waren gar nicht so anders. Also dieses Gefühl, was man heutzutage vielleicht hat, dass BMW Premium ist und Opel nicht, das kann ich hier gar nicht so fühlen. Damals subjektiv waren diese beiden Hersteller schon nah beieinander, so was der Innenraumgestaltung und auch Ergonomie angeht. Ich muss ehrlich sein, in dem hier sitzt man besser als beispielsweise in einem Opel Calibra. Der hatte irgendwie eine ganz merkwürdige ergonomische Anmutung. Und der hier, der ist richtig schön. Das ist ein normales Auto. Die Scheibe ist zwar relativ nah bei mir, aber finde ich nicht schlimm. Wo man aber dann merkt, dass es immer noch ein altes Auto ist, hinten. Da hat sich viel getan in den letzten mehr als 30 Jahren. Das ist nämlich eng. Also sowas würde man wahrscheinlich nicht mehr zumuten. Oder wohl, 911 hat auch nicht so viel Platz hinten. Vielleicht ist das dann einfach das, was man sportlich nennt. Das hier ist ein bisschen eng. Aber für alle BMW E30 Fans beispielsweise, wenn ihr da mal in dem Zweitürer hinten gesessen habt, das hier ist wesentlich besser als in einem E30. Da sitzt man so drin und hier schafft man nur ein ganz kleines bisschen an der Dachkante. Der Manta, vor allem der Armmanta, wie hier, ist ein echt mega sympathisches Auto, was ich gar nicht erwartet hätte. Ich habe natürlich auch die Vorurteile im Kopf gehabt. Immer Manta, 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 Til Schweiger und so weiter. Aber der Armmanta, hey, der ist ein klasse Auto.